jetzt willkommen zu einem neuen video zu russian fishing 4 mit dem underwater frank ja vielen beschäftigt ja die frage ob die steam version oder die standalone version von r4 wenn sie jetzt das spiel davon gehört haben dass auf steam meinetwegen das erste mal gesehen haben wie gesagt es sei auf jeden fall gesagt ihr könnt jederzeit von steam auf standalone wechseln von standalone auf steam das geht nicht also es geht nur in eine richtung und wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen so die vor und nachteile angucken was hat die steam version für vorteile was hat die standalone version für vorteile wie gesagt wir sind hier gerade auf der steam seite also das team hat auf jeden fall folgende vorteile das bezahlsystem ja ihr also einige zum beispiel haben jetzt kein paypal wollen lieber mit pay safe card oder so bezahlen das geht natürlich ja mit den wenigsten problemen geht das halt über steam also über steam könnt ihr halt so gut wie mit allem bezahlen und die können natürlich auch mit eurem steam gut zu haben bezahlen bei r4 das geht natürlich bei der stand-alone nicht aber bei der stand-alone gibt es auch genügend bezahlmethoden wie zum beispiel paypal's grill es sollte irgendwie möglich sein übers grill irgendwie mit pay safe card gut haben zu bezahlen giro pay visa sofort überweisung eps trustly apple pay neteller und ideal und die vorteile bei der stand-alone version sind können uns hier auch zum beispiel mal gleich im forum angucken sind zum beispiel die team turniere die stand-alone turniere die forum events also forum events ist zum beispiel fisch der woche ja also da könnt ihr zum beispiel kann ich euch hier mal zeigen fisch der woche da gibt es aktuell ist jetzt der sichtling drin da könnt ihr zum beispiel gewinnen ein razor blade ultra 700 das glaube ich die ul stippe also die beste ul stippe und bei sowas könnt ihr halt zum beispiel nur mitmachen wenn ihr stand-alone user seid stand-alone user ist halt hier auf folgender seite auf r4 game.de hier könnt ihr auch das spiel runterladen hier könnt ihr euch ein account machen hier kann man zum beispiel auch sich bei den stand-alone turnieren mit eintragen und ja das ist quasi jetzt so die launcher version und was wir hier noch gucken können können zum beispiel noch mal die anderen turniere angucken zum beispiel läuft jetzt bald hier ein großes stand-alone turnier zum beispiel level 32 plus da werde ich auch mitmachen mit zum beispiel auch coolen medaillen die ihr gewinnen könnt ihr dann zum beispiel in eurem haus auslegen könnt und die auch in eurem profil zu sehen sind die medaillen und da könnt ihr zum beispiel die medaille die venga 10.000 12 tage premium 12 gold gewinnen und dann gibt es zum beispiel halt das sind halt zum beispiel so stand-alone turniere und dann gibt es zum beispiel auch team turniere wo der mit euren freunden zusammenspielen könnt ja das sind quasi mehr oder weniger das sind die unterschiede was natürlich noch zu sagen ist bei stand-alone kann ich euch hier unter dem video auch noch mal den discord zu dem deutschen r4 also zu dem deutschen russian fishing account also beziehungsweise zu dem offiziellen discord von russian fishing 4 kann ich euch noch mal mit reinhauen da habt ihr zum beispiel auch den vorteil dass ihr deutschen sprach support auch habt also wenn ihr irgendwie ein problem habt natürlich könnt ihr euch auch an support at r4 game.de wenden also an die e mail adresse aber da habt ihr zum beispiel deutschen sprach support das natürlich auch für einige sehr wichtig falls sie mal irgendwelche probleme haben sei es technischer hinsicht oder sei es jetzt im spiel irgendwas dass ihr euch da an die leute dann wenden könnt zum beispiel tp catch oder hier auch joey joey sehe ich ihn hier irgendwo ihr joey genau joey 316 glaube ich oder ich glaube ja und ja wie gesagt das wäre auf jeden fall noch zu erwähnen ja ansonsten gibt es eigentlich jetzt keine unterschiede also wer sich ja zum beispiel fragt habe ich jetzt letztens zum ersten mal gehört dass das wusste ich auch noch gar nicht warum warum werden leute also oder warum gibt es dieses den tollen turniere nur auf der launcher version weil zum beispiel die turniere müssen ja ausgelesen werden um zum beispiel genau in den log dateien zu gucken wer hat jetzt welchen fisch gefangen um das genau zu überprüfen und dieses auslesen von von den ganzen daten auch von den benutzer accounts das darf man wohl über steam nicht also steam verbietet das wohl und deswegen ja das war jetzt also ich habe es auch zum ersten mal gehört ich dachte es gab irgendwie andere gründe aber das soll wohl der grund sein warum das mit den stand alone trainieren halt nur auf ja der launcher version ist ja gut das wäre es dann erstmal für die erste folge zum neuen anfänger guide wie gesagt ich mache jetzt ein anfänger guide 2022 in ganz aktuellen in der nächsten folge gehen wir direkt rein ins spiel spielen das tutorial und gucken uns mal an was am anfang sinn macht und ja alles weitere denn im nächsten video vielen dank auf jeden fall für einschalten ich hoffe ich konnte euch so mal ein bisschen das erklären und wie gesagt wenn ihr von steam später mal wechseln wollt auf stand alone weil ihr zum beispiel bei den turnieren mitmachen wollt dann geht das ganz einfach über ein also da müsst ihr glaube ich ins forum gehen das geht aber ganz einfach also da gibt es ein guide dazu da gibt es eine anleitung die genaust den lohn transfer bei support und da könnt ihr dann rauf gehen und dann wird hier alles genau beschrieben wie das alles funktioniert das geht meist auch relativ schnell also der support ist zum beispiel also jetzt im disco steht das auch drin montags bis freitags von 10 bis 20 uhr erreichbar und wenn ihr in dieser zeit diesen stand-alone transfer machen wollt und steam auf stand-alone dann geht das relativ schnell was ihr natürlich auch machen könnt bei der stand-alone version ihr könnt zum beispiel die tage premium oder das gold könnt ihr auch als geschenk kaufen und dann gibt ihr einfach den benutzernamen ein und dann könnt ihr jemanden halt mal eine freude machen paar tage premium schenken wenn er jetzt gerade ja knapp bei kasse ist oder einfach mal eine überraschung und dann könnt ihr hier quasi gold oder halt die tage premium als geschenk kaufen das ist so bei steam halt auch nicht möglich dass ihnen halt das direkt an den benutzernamen schicken könnt bei steam ja bei steam könnte man weiß gar nicht aber bei steam kann man ja nicht einfach so was schenken dass das ist ja also so in diesem sinne für dieses spiel eigentlich nicht möglich ja das wollte ich noch mal als nachtrag noch mal hier mit rand fügen an das video das hatte ich jetzt vorhin erst mal gesehen dass das ja auch möglich ist und ja alles klar vielen dank fürs einschalten und dann bis zur nächsten folge euer bortofrenge tschüss und dann bis zum nächsten mal